Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön dass ihr eingeschaltet habt, kurze Eilmeldung, kurze News, Oculus Verkaufsstopp in Deutschland, der gesamten VR-Headsets und wir flitzen gleich mal kurz über die Newsseiten und schauen mal was da los ist und danach gibt es eine kurze Info zur Quest 2, aber nur eine ganz kurze, aber das mit dem Verkaufsstopp wollte ich euch nicht vorenthalten, also bleibt dran. So Leute, hier sind wir auf der VR-Legion-Seite und hier steht Verkaufsstopp von Oculus VR-Headsets in Deutschland und Fakt ist, dass es definitiv momentan einen temporären Verkaufsstopp gibt von Oculus VR-Headsets in Deutschland aufgrund von Gesprächen mit der Aufsichtsbehörde. Warum, wieso, weshalb, weiß natürlich jetzt noch niemand. Fakt ist aber auch, Oculus wurde nicht gezwungen dazu von der Aufsichtsbehörde, sondern es war, es kommt auch von eigenen Wunsch her, aus eigenen Gründen, keine Ahnung, welche Gründe das auch sind, aber ja, also ich finde es extrem spannend und ja, nicht schlecht. Also mit der News habe ich jetzt heute überhaupt nicht gerechnet und scheinbar hat Heise die Meldung hier in Deutschland als erstes berichtet, so wie es aussieht und ja, wir haben den Verkauf von Oculus-Produkten in Deutschland wegen andauernder Gespräche mit deutschen Regulierungsbehörden pausiert. Über Details können wir zurzeit nicht sprechen, wir sind aber zuversichtlich, dass der Verkauf bald wieder weitergehen kann, teilt das Unternehmen mit. Also mehr gibt es da momentan noch nicht. Ob es jetzt auch was mit dem Facebook-Kontozwang zu tun hat, weiß ich nicht, ob da auch die Aufsichtsbehörde irgendwie ja da Einfluss drauf hat. Fakt ist halt, dass wir also neue Nutzer, ich glaube ab Oktober, einen Facebook-Account benötigen, um Oculus VR-Headsets zu benutzen. Wir Nutzer, die jetzt noch eine haben oder schon haben, können bis ich glaube 2023 noch den alten Oculus-Account nutzen und dann müssen wir auch auf Facebook rüber und ja, ob dann auch eventuell ein Rebranding irgendwann erfolgt, dass wir Facebook-Brillen kaufen, aber das glaube ich nicht. Also ich denke mal schon, Oculus ist das schon ein Markenname, der sich gefestigt hat und ja, damit verbinde ich mehr Positives als mit Facebook, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich denke mal, das geht auch vielen anderen so. Von daher wäre es glaube ich sehr klug, den Namen Oculus zu halten als Name. Ja, also ich bin gespannt, was daraus gibt. Also ich wollte euch das jetzt mal mitteilen, weil ich finde es echt ein Hammer. Hat mich jetzt echt umgehauen, so nach dem Feierabend. Und ja, wenn ihr jetzt noch was erfahren solltet vor mir, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Also würde mich natürlich auch brennend interessieren und ich bekomme die Nachrichten natürlich auch immer mit. Ja, und ich würde sagen, jetzt schauen wir uns nochmal ganz kurz was zur Quest 2 an. Da gab es nämlich gestern auch ein Leak oder zwei Leaks sogar und ja, springen wir mal kurz zur anderen Seite. So, da sind wir auch schon bei mix.de und ja, gestern wurde es bekannt gegeben, neue Oculus Quest US-Kette Walmart liegt den Preis. Also es gab da einen Leak, der ist jetzt aber auch schon wieder raus und da wurde eine VR-Brille gelistet mit dem Namen Oculus Point Reyes oder Reyes. Und der erste Eintrag listet ein Modell mit 64 GB Speicherplatz, das 299 US-Dollar kostet. Der zweite Eintrag ein Modell mit 256 GB Speicherplatz für 3,99. Und das wäre jetzt billiger als die Quest aktuell, denn die Quest im 64 GB Version kostet jetzt 3,99 aktuell und die 256er kostet glaube ich 4,99, soweit ich weiß. Ich glaube, das stand hier auch irgendwo. Und ja, das war auch nochmal die Liste oder dieser gelistete Beitrag bei Walmart und ja, Oculus Point Reyes. Hier sehen wir auch noch ein Oculus Go Produktbild. Also es war noch nicht das aktuelle Bild, aber meistens, wenn sowas kommt, sowas geleakt wird, dann wird, ja, irgendwem ist da ein Fehler unterlaufen und der hat dann mal ganz kurz auf Veröffentlichen gedrückt. Und dabei ist es noch in der Bearbeitung und ja, kann natürlich sein. 2,99 Dollar, wenn es in Euro umgerechnet wird, das war ja bisher meistens so. Also dann, das ist echt ein Hammerpreis für eine Oculus Quest und ja, wenn die jetzt auch dann leicht verbessert ist. Also ich erwarte jetzt keine Oculus 2 mit ganz tollen Sachen. Alleine, wenn man die Produktbilder gesehen hat, die jetzt schon so geleakt wurden, sah das nicht so nach wirklich High End aus. Aber nichtsdestotrotz ist es wahrscheinlich so ein Mix aus Oculus Go und Oculus Quest und das nochmal ein bisschen so verbessert. Display soll ja auch ein 120 Hertz Display sein, also ein Single Display. Und ja, die Oculus Quest, die 1er, die hat ja zwei Displays drin, deshalb haben wir auch noch die IPD-Verstellung. Die wird die Oculus Quest 2 Pro S, wie sie auch immer heißen mag, wird das nicht haben. Ja, auf jeden Fall nette, nette Infos und ja, hier sehen wir auch noch den zweiten Leak und da wurde es auch noch mal bestätigt sozusagen. Hier 2,99 für die 64er und 3,99 für die 256er. Ja, und hier schreiben sie auch noch, stimmen diese Preise und erscheint die im Juli geleakte neue Oculus Quest tatsächlich noch dieses Jahr. Dann wird Facebook den VR-Markt noch stärker angreifen. Und das denke ich auch, also mit so einem Preis kann man schon, also 2,99, da schnappen wahrscheinlich nochmal viele Leute zu, die bei 3,99 auch gesagt haben, ist mir noch ein bisschen zu teuer, aber 300 Euro für so eine geile Hardware. Also da muss man einfach zuschnappen, wenn man ja so VR-Fan ist, sage ich mal, ja sowieso, aber wenn man VR mal ausgetestet hat und man fand es echt super geil, da muss man da echt zuschlagen. Ja, wirkliche Specs gibt es ja noch nicht, also da kann man echt nur spekulieren bisher, was dann da jetzt wirklich alles verbaut ist. Aber auch da, wenn es da wirklich handfeste Infos gibt, da werde ich da definitiv auch nochmal ein Video zu machen oder einen Livestream, wer weiß. Und ja, das erstmal die Infos für heute. Das war so eine kleine Eilmeldung, weil die war mir jetzt wichtig. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, natürlich ein Like raus. Abo-Button nicht vergessen. Und heute Abend nicht vergessen, 21 Uhr bei den drei Flatingos. Da gibt es den Livestream. Ja, ich möchte jetzt nicht zu viel verraten, aber da wird was Hammergeiles veröffentlicht im Livestream. Und ja, wer VR-Fan ist, sollte da definitiv heute Abend reinschalten. Also wir sehen uns dann heute Abend eventuell. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.